Hallo YouTube und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Plants vs. Zombies, Garden Warfare, ich wollte gerade wieder Battlefield 3 sagen, die Macht der Gewohnheit, und mit dabei ist Niklas, aka QDarkDoom, und ich bin hier gerade irgendwie schwarzer Bildschirm, ich glaube die Runde ist vorbei, kann das sein? Ja, das kann sein. Ich bin rausgeflogen. Rausgeflogen? Ui. Natürlich. Ich versuche dann, Beitritt zur Spielsitzung wurde unterbrochen. Wir prüfen deine Netzwerkverbindung und versuche es... Das ist bei mir aber auch so gewesen. Bist du auch raus? Ja. Ich würde sagen, wir suchen gleich eine neue. Ja. Das lassen wir hier nicht auf uns sitzen. Als ich eben reingejoint bin, da war auch keiner drin. Ja, das... also ich war zwar auf dem, äh... auf der Person und so, und äh... er wollte bloß nicht... kannst du mir beitreten? Ich höre mich doppelt. Ja, ich bin im Ladebildschirm, ja. Gut. Aber warum wäre ich nicht doppelt? Keine Ahnung, also ich höre dich nur einzeln. Okay. Ja, jetzt nicht mehr, eben gerade ganz kurz. Aber vielleicht war das doch... Vielleicht hast du so laut geschrieben. Weiß ich nicht. Jetzt... ...habe ich wieder doppelt gehört. Mehr. Diesmal bin ich Pflanze. Ich bin auch Pflanze. Pflanze? Okay, dann... ...machen wir Chester Action. Also ich mach Chester Schnapper. Ich bin wieder Kaktee. Okay. Auf ihn. Ah. Oh, die Musik ist so schön friedlich. Mhm. Total. Na ja, wenn man im Garten steht? Ja, wenn man im Garten steht. Und man nicht... ...von dem einen oder anderen Gegner angegriffen wird. Und da, Attacke. Oh, da ist so viel... ...lila Gas. Schnapp ihn doch. Ja. So viel Gas. So viel Gas. Gehen wir auf den Weg. Ich muss neigen. Aua. Ich hab den Betonwerfer abgeschossen. Ist jemand in meine kleine... ...Kartoffelbombe reingelaufen? In den Arsch gerettet. Ich treff ihn nicht. Jetzt. Oh. Oh. Wurde ich fertig gemacht. Wat ne Schweinerei. Und da... ...ist der, der mich wiederbeleben wollte. Auch, Tuck. Fängt ja gut an. Aua. 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 Ja, ich krieg hier jetzt eine Raketen in die Fritte. Oh Gott. Killing Spree. Au, 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 au. Die hocken da alle oben auf dem Dach drauf. Das bemerken unsere Herbsen aber auch gar nicht. Oh Gott. Oh Gott. Also irgendwie schlägt der... ...oder beißt der unterschiedlich zu. Er beißt unterschiedlich zu? Hm. Was ist das denn? Also in Form von, äh... ...ääh... ...in Form von, dass er... ...ab und zu mal... ...irgendwie so einen Hänger hat. Vom gewissen Angreifen. Okay. So kam es mir zumindest vor. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Verdammt. Da hab ich dich gerade fliegen sehen. Da hab ich irgendwie grad... ...auf den zweiten Bildschirm geklickt... ... und bin rausgeflogen kurz. Ich hätte grad ne achte Abschlussserie. Oh Gott. Also mir gefällt der Schnapper... ...grad nicht so. Liegt vielleicht daran, dass ich auch ein bisschen ungeübt bin. Im Kampf gegen das Böse. Im Kampf gegen die... ...bösen Zombies. Bösewichte. Ich, äh... ...helfe dir mit Luftunterstützung. Ah. Oh. Ach. Ja, einen hab ich gekriegt. Warte. Der hat mir noch ne Haftgranate an den Kopf geworfen. Nicht schlecht, der Herr. Ich hab grad mit der... ...Knoblauchdrohne den Teleporter kaputt gemacht. Ja, das ist gut. Mampf. Der hier ist ein Allstar. Ja, ja. Ja. Ich gesaved. Was ist denn jetzt hier los? So. Jetzt hört das aber auf hier. Ich hab grad ne Windows-Nachricht von diesem Aero-Ding ins Wicker. Okay. Aber jetzt... ...läuft es auch um einiges besser. Wir werden wahrscheinlich gerade den Teleprompter... ...Teleprompter, äh... ...neubauen. Ich wurde von einem Zombie getötet, der einen Kack... äh... ...einen Papagei auf dem Kopf hat. Ja. Ich fühle mich erniedrig. Echt? Oh. Ich wurde von einem... Ach ne. Ich dachte grad, ich wär von dem... ...anfangs Zombie... ...oder den einfachsten... ...Zombie, den die beschwören kann. Äh... getötet worden. Okay. Das ist natürlich... ...wäre natürlich dann in diesem Falle relativ peinlich gewesen. Ja. Aber ich hatte auch nur 16 Leben, oder? So. Naja, das sind zu viele da. Halleluja. Naja, das sind zu viele da. Ach Gott, Alter. Ich bin voll in Rampage hier. Ich hab zwölf Kills. Ich hab zwölf Kills. Ja, die... ...ignorieren mich auch ständig. Die, äh... ...auch wenn ich direkt neben denen stehe als Charakter, die greifen mich einfach nicht an. Okay. Schon sehr merkwürdig. Schade. Auch diese friedliche Musik. Kann dir in Spawn nehmen. Uh. Mann. Feindlich-Abschuss-Serie gestoppt. Multi-Abschuss. Also, ich muss ja sagen, inzwischen kann ich diese, äh... ...diese Knobloch-Tone besser als am Anfang, weil am Anfang bin ich einfach nur damit gestorben. Und inzwischen mach ich auch mit diesem Popcorn-Schlag ordentlich Kills. Oha. Da hat mich die Z4-Armbrist wegge... ...moscht. Needs to respawn. Ich weiß nicht, wie es bei mir steht. Ich bin mit 10 Kills, glaube ich, als, äh... ...Schnapper eigentlich auch ganz gut dabei. Ah. Okay. Welcher von den, äh, All-Stars macht diesen vor Flammen-Schaden? Äh, gute Frage. Ich glaube, das ist der mit den, äh, Football-Granaten. Da gibst du eigentlich noch einen. Okay. Der... das ist... oder richtig Flammen. Also ich kenne einen... Ne, 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 er schießt irgendwelche Flammen-Munition. Oder sowas Exklusives. Hm. Also ich kenne nur... ...teilt diesen einen mit den Exklusiven. Böser Ingenieur. Böser Ingenieur. Böser Ingenieur. Oh Gott, da hat mich die... die Rakete voll... in den Kopf gegeben. Mich... Ich muss All-Star-Shield zerstören mit meinem... mit einer Kacktee. Oh, da kam ich nicht rum. Der war zu dick. Und der hatte noch einen Kollegen, oder? Nee. Ich muss drei Leute wiederbeleben in einer Sitzung, was ich glaube ich gerade gar nicht so erfülle. Deswegen klicke ich mal einen weiter. Erledige fünf Ingenieure, ist denke ich mal möglich. Pflanzentöpfe besetzen, das... kann ich auch schnell machen, wenn hier welche frei wären. Ich glaube, die sind alle besetzt. Du musst mich denn da mischen. Ach, Betonwerfer. Der trägt deinen Gürtel über den Augen, ist ja interessant. Ja, was wolltest du sagen? Ich glaube der Betonwerfer ist vom Standard Ingenieur. Oh, da war ich eingefroren. Existiert mein Ding jetzt noch? Nö. Leider nicht. Mit Dingens meinte ich, äh, die Bambuswumme. Oh, dankeschön Phil. Ne, neben dir steht direkt ein. Hab ich dich noch wiederbelebt? Der, 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 der dich auch nicht, ja. Der hätte dich auch gar nicht gesehen, ne? Ne, das Orangene, das macht einen voll getarnt. Och. Nein, da bin ich tot. Schade. Und deine Minen werden noch schön zersplattert. Ja, ich hab's erwartet. Hier direkt neben uns ist bei uns, glaube ich, ne, ist doch nicht. Dann haben die es weiter gegenüber, ne? Von unserem Spawn aus geradeaus rüber, da wird deren, äh, äh, portal, hier Dingens, Dingens. Ach, meine Ohren. Ach, ich hab den Ingenieur getötet, der das machen wollte. Hm. Ein Popcorn-Schlag. Das Portal oder den Teleporter werden sie da auf... Ja. Den Teleprompter werden sie da aufsetzen. Ja, treff ich den? Ne, voll gegen die Wand gelunzt. Oha. Da hatte ich aber grad irgendwie nen komischen Verschieber. Gott. Hab ich den da weggenutzt, ey? Ach, schon wieder in ne ZPG-Rakete, ey? Wut. Gott, ich muss ja raus. Oh Gott. Hätte mich auch der Allstar fast ungeschnitzelt mit seinem Charge. Was? Ich hab ihn nicht gefressen bekommen? Okay. Also ich hab's jetzt eigentlich erwartet, weil ich direkt... Das Maul war schon zu. Der war schon... ...drinne. Hm. Ich hab wenigstens nen Zombie noch mit dem... Ding ins... Äh... Mit der Bambuszone getötet. Dieses Wort. Oh, die haben auch zwei im Gegnerteam, der über Level 70 sind und einer, der ist 138. Kann man bei dem Spiellevel 138 sein, bitte? Äh, ich glaub maximal ist irgendwas mit 200 irgendwas. Achso, okay. Das... Das erklärt es ein wenig. Das ist das Diamant-Symbol, glaub ich. Wenn du das noch, äh, aus... ...dem, äh... Erste Teil kennst. Ja. 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 Ach. Den hätt ich gerne auch noch weggelescht mit seinem Papagei aufm Kopf. Oh, ein bisschen. Ach, gegen den hast du gerade gekämpft? Oh, ich hab noch einen. Da fliegt ja einer, der in meine Bombe reingeraufen ist. Aua, ich... Kids respawn. Boots! Multiabschuss, Popcorn-Schlag. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Wie ich verpackt war. Oh, nein. Oh, nein. Steht meine Leiche da noch? Psch, nein. Ich wollte gerade sagen. Das ist aber echt... Ah, siehre mal fünf. Das ist aber echt ne... Das wird ne käsige Runde. Oh, nein. Wieso? Ah, weil das gespielt. Ah, geil. Ah, ja. Ich auch. Ja. Muss ich noch weiter darüber nachdenken? Das hat mich jetzt auseinandergemacht. Ach, von hinten wieder. Mr... Mr... äh... Papagei. Ist doch Papagei. Mit seiner Tarn-Überraschung. Der... Der Soldat wird doch ganz schön unterschätzt. Mit seinem... Sneaper. Mit dem Tarn-Gewehr oder was? Mhm. Wieso? Was kann der denn anders als die? Den hab ich noch nicht... Naja, der hat äh... 20 Schuss Einzel... äh... Einzelschuss-Gewehr. Ja. Okay. Nein! Ich hab den gerade geslimed. Ich versuch hochzukommen, ne? Ja. Echt? Ja. Nee, da hat mich einer aus dem... vom anderen Gebäude... hat mich da... umgeschossen. Hm. Nein, ich hab's nicht rechtzeitig geschafft. Da seht ihr der mit dem Papagei. Oh Gott, sich einen Nahkampf mit einem Ingenieur zu leisten, ist nicht so... gut für die Nerven. Oh Gott, die nehmen ja volles Brett ein. Ja. Und als Dingenskirchens kann ich da jetzt nicht viel machen als Kaktee. Boah! Alter! Steh ich dann erstmal in ner Feindmenge? Hm. Irgendwas läuft hier falsch. Jetzt Respawn. Boah! 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 Die... Also manchmal denk ich, diese ZPG-Raketen haben einen... Suchrohr auf dich. Ja. So ein Wärmesucher. Direkt auf... Vor allem der von diesem Gems-Hunter, ey. Der... Dieser... Der Level 138er da. Der trifft mich wirklich ständig damit. Nein, ich bin gefroren. Ich bin gefroren. Ich bin gefroren. Oh Gott. Der hat ein bisschen zu oft in der Steckdose gepackt. Wieso? Der hatte die Haare so... Ziemlich weit oben stehen. Boah! Danke für die Heilung, ey. Ich hätte noch 20 Leben. Oh, das ist geil. Hallo! Oh, so schön. Oh, das ist ein Traum. Traumhaft. Boah! Äh, die bauen den... Das Portal auf. Oder den... Den... Ingenieur habe ich schon getötet, der das machen wollte. Achso, okay. Gems-Hunter, stirb einfach! Stirb! Ist ehrlich. Kann doch nicht wahr sein. Also, da hinten sind auf jeden Fall... noch mehr Leute bei dem... Teleporter. Ich komme mir so ein bisschen so vor, als wenn ich da so... Zu nah am Feind bin. Glaub ich nicht. Oder immer so... Zwischen allen Feinden rum... Tourne. Nur den dritten... Ne, den vierten sogar schon weggeschnappt. Hintereinander? Baby, it's a triple! Oh Gott, ne, das waren zu viele. Da kam auch noch so ein... Da... Da hast du zu viel gewollt. Egal, vier Leute. Ich meine, ich hab jetzt... Ich hab 27 Abschüsse, ne? Für'n Schnapper? Schon ordentlich. Ist halt... Chester-Schnapper, ne? Dieser... Der Käse, der macht's. Käse ist OP, sag ich dir. Der Käse. Käse does it all. Wo ist Steyr? Wo ist Steyr? Hehehe. Hallo. 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 Oh. Feuere 500 Schüsse ab, ey. Hab ich jetzt gemacht, ja. Volltreffer mit der Primärwaffe der Drohne Landmodus. Oh Gott. Ich kämpf hier mit 2% Leben. Der Allstar und ich, wir haben uns gerade gegenseitig getötet. Oh ne. Gift... Oh nein. Ich wurde durch die Stinkwolke getötet. Nein. Hehehe. Hehehe. Verdammt. Oh ja. Pinky Man. Boah. Alter Falter. Eine Rakete und dann kam dieses Ultratech. Weckling von der Seite. Aber ich lebe wieder. Aber wir sollten die schnellstmöglich aus einem Punkt daraus kriegen, weil sonst gewinnen die noch. Also irgendwie erst rein. Sieht auch so aus, als wenn die das jetzt noch eingehen. Oh Gott. Ja, ich bin down. Extra Zeit. Jetzt müsste nur so ein Kornschlag kommen. Ja, das sieht so aus. Ja, jetzt steht es 4, 4. 5, 6, 4. Ach du Scheiße. Scheiße. Einer noch. Nein. Nein. Oh. Verdammt. Ich bin nochmal reingelaufen und hab ein paar Kartoffelminen reingeknaddelt. Aber das war wohl nicht so das wahre. Ich hab ne Abschuss Serie 3 noch gemacht da. Ich bin noch vor der Einnahme wieder gespawren. Weiß it. So gut, jetzt müssen wir natürlich aufhalten, dass die reinkommen, ne? Ja. Ich stell mich einfach mal hin und snipe. Bist du oben oder unten? Oben. Ja. Obwohl ich aber gerade weggeschneibt von der Tarnüberraschung. Was, so nah sind die schon dran? Ne. Du hast ja gesagt, dass das Gewehr ziemlich gut ist. Ich starrte auf die Knoblauchdrohne, Mensch. Ne, ich war nur ein bisschen verwundert, dass die schon so nah hier dran sind. Normalerweise dauert das ja eigentlich immer ein bisschen. Kartoffelmine. Hahaha. Hol' ihn wieder. So, mal schauen, ob man hier oben auf dem Balkon gut snipen kann Nein, Luke Sky Was tust du mir an? Was? Luke Sky? Er hat mich weggetackled mit seinem Ultra-Tackling Ultra-Tackling Ich bin auch ganz gespannt auf den neuen Star-Wars-Film, der nächstes Jahr kommt Ja, hatte ich schon ein Poster zu gesehen Ich weiß nicht, ob es da schon einen Trailer oder so zu gab Ich glaube nicht Wäre auch, glaube ich, ein bisschen verfrühte, ne? Ja Bin mal gespannt, was Disney da draußen macht Leih Ich habe ihn mit Kochkäse getötet Yes! Kochkäse? Ja, das ist dieses Spucken, das macht ziemlich viel Schaden an dem, der es aufkriegt Oh nein Oben oder unten? Ich glaube eher unten, weil Oben stehe ich ja direkt davor Und dann hätten sie mich ja getötet Ah, ich habe ihn getötet, hier, diesen Gems-Hunter Oh Ich habe, glaube ich, mindestens 50 extra Punkte dafür gekriegt, weil er halt mein Nemesis ist Der kommt hier nicht rein Na, verfehlt Ach Oh Oh Ich glaube, oben ist offen Ja, da kommen keine drei in zwei Sekunden rein Sauber Hallo Siehst du mich? Hallo Hallo An der Seite links Hallo, ich bin hier in der Mitte der Zetorio Ah 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 Mal gucken Boah 12.810 Punkte Ah 17.000 habe ich gekriegt Oh Oh Für einen Schnapper bin ich zufrieden Ah 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 35 gilt 35 Na gut Aber wieder ordentlich Punkte verdient Aha Äh Hast du, möchtest du noch irgendwas sagen in den letzten 47 Sekunden dieser Aufnahme? Oh, diese 47 Sekunden haben wir nur noch so wenig Zeit? Ja, es wird alles so eng Ah Ich will nur noch so viel sagen 30 Sekunden Nein, ich bin glücklich Du bist glücklich? Ich bin glücklich Okay, wir bedanken uns fürs Zuschauen Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Macht's gut, Leute Tschüss Tschüss